In jeder komplexen Form kannst du den Fokus auf einen Bereich lenken. Wenn ich Annahme korrigiere, ist 6 gegen 6 eine Annahmeübung. Wenn ich nur die Zuspieler korrigiere, kann 6 gegen 6 eine Zuspielübung sein. Also da, wo ich meinen Fokus drauf lenke. Und auch da ist wieder das, ich kann das nur mal empfehlen, mach das mal kleiner. Seht nicht immer alles, alle auf einmal. Weil man sieht tausend Sachen, der macht das, der macht das, dies. Nein, okay, jetzt in der Übung geht es darum und nur da gucke ich hin. Versuch das mal. Auch wenn eine Annahmeübung ist, teilweise setze ich mich mit dem Stuhl unter das Netz, wenn wir Annahme machen, damit ich meinen Blick wirklich, wenn ich hier stehe, ich bin nur hier und sehe nur die drei Annehmer. Und nicht noch, der Aufschläger wirft schon wieder dahin an, ja, da müssen wir noch dran arbeiten und der macht schon wieder, sondern nur da. Ganz spannend, was dann passiert. Also du siehst denn wirklich Dinge plötzlich. Und wenn du immer nur auf das Große guckst, ja, klar sieht man auch Kleinigkeiten hier und da, aber mach das mal eng.